Auch ein sehr wichtiger Punkt, wo es wirklich viel Hebel gibt, ist die sogenannte Call-to-Action. Entschuldige mich für die andauernden schrecklichen Anglizismen. Wir sind da, wir online sind einfach hoffnungslos versaut, was Anglizismen angeht. Ich weiß ja, ich sage nicht, ich bin mal sowas übersetzt. Jetzt hier das Element mit Button und allem, was die Aktion des Users auslösen soll. Sehr stark, starken Einfluss haben hier vier Punkte. Positionierung, wurde gesagt, schon von meinem Vorregler, rechte Seite besser, kommen wir noch darauf zu sprechen, warum. Jedenfalls in unseren Ländern, wo die Leserichtung von links nach rechts geht. Die Farbe und der Kontrast zum Rest der Seite sehr wichtig. Orange hat sich übrigens stark bewährt, grün auch, ganz gut. Die Beschriftung ist hier bewusst nicht jetzt kaufen, sondern in den Einkaufswagen. Wenn Sie schreiben, jetzt kaufen, in dem frühen Schnitt, dann bauen Sie eine hohe psychologische Hürde auf. Das klingt nach, oh Gott, ich unterschreibe jetzt den Vertrag. Ich verpflichte mich jetzt. Wenn Sie schreiben, in den Einkaufswagen legen, in den Warenkorb legen oder ähnliches, senken Sie diese psychologische Hürde. Und wenn Sie dann noch drunter schreiben, diese Linien darüber oder darunter, wenn wir Call to Action lead in und lead out, aber das muss ich immer sagen, wenn Sie darüber und darunter nochmal eine Zeile Text jeweils nutzen, um den in diesem Schritt stärksten Käuferzweifel abzuschwächen oder idealerweise ganz zu entkräften, dann steigert es in der Regel enorm die Conversion Rate. Hier wäre dann eben ein typisches E-Commerce-Beispiel. Sie könnten Ihre Bestellung jederzeit wieder ändern. Das spricht genau das Gleiche an wie in den Einkaufswagen anstatt jetzt kaufen. und keine Versammtkosten darüber auch, das ist extrem stark im E-Commerce-Sitz. Sagen Sie, ja gut, natürlich typisch bei deutschen Usern. Kann ich Ihnen versichern, es ist nicht nur bei deutschen Usern, sondern funktioniert international ziemlich gut. Für die Hotellerie könnte sowas so aussehen. Das sind jedenfalls Geschichten, mit denen wir bei den Spaniern auch wirklich interessante, gute Resultate erzielt haben. Anstatt jetzt buchen, wobei da kommt es wirklich ein bisschen drauf an. Man könnte es heißen, Direktbuchvorteile sichern. Wenn Sie drüber schreiben, Buchung in nur drei Minuten, senden Sie eine ganz, ganz wichtige Botschaft aus. Vor allem für die User, die Sie über eine Buchungsplattform gefunden haben. Denn viele von denen haben bereits einen Account bei der Buchungsplattform. Und ein starkes Argument für diese User, warum sie lieber auf der Buchungsplattform jetzt bei der Buchung ist, geht schneller. Ich habe ja die ganzen Daten schon eingegeben. Da müssen Sie dagegenhalten. Und dagegenhalten geht mit einer ganz prägnanten, kurzen Textzeile, zum Beispiel Buchung in nur drei Minuten. Da entkräften Sie einen ganz wesentlichen Käuferzweifel in dem Schritt. Und Bestpreisgarantie, also wenn man sich das anschaut auf dem Buchungsplattform, das blickt einem ja permanent von allen Egonenten entgegen, während wir auf den Hotelwebsites die Linie angeschaut haben, dass nicht durchgehend so konsequent der Fall ist. Und auch die Beglückwünschung funktioniert verdammt gut. Wenn Sie nicht einfach nur sagen Bestpreisgarantie, sondern Glückwunsch. Das hat einen psychologischen Effekt, der erstaunlich ist. Das ist hier eine wunderbare Seite, das ist meine eigene. Ich zeige es deshalb, weil es sich nicht perfekt in dem Start. Wir haben es auch schon geändert. Beziehe ich mich jetzt auf Farbgeber und Farbpolitik, Kontraste. Orange, wie gesagt, hat sich sehr gut bewährt als Buttonfarbe, deshalb haben wir Orange genommen. Hintergrund, das ist grün, der ideale Kontrast. Kein Zufall, funktioniert sehr gut, auch Blau wäre gut, aber Grün ist wunderbar. Was mir jetzt hier nicht gefällt, ist das Rotor, weil es auch orange ist. Also wenn man wirklich das konsequent durchzieht, dann vermeidet man jegliches andere Element, in so einem Fall, das orange ist, das rot ist, das braune ist, das gelbe ist, das nicht stark genug kontrastiert mit orange. Deshalb haben wir das Foto auch ausgetauscht. Wenn Sie heute auf die Website gehen, sehen Sie dann in weiß gehaltenes Foto, nichts mehr mit orangen, rot Tönen und dergleichen. Und da sehen Sie schon, auch ich habe meine Erfahrungen mit Agenturen und mit Webdesignern, da kommen dann öfters mal so Dinge, ich will aber Herbstlaub. Wenn Sie den orangen Button haben, ist Herbstlaub nicht immer die beste Idee für ein Foto und dergleichen. Also da, glaube ich, hilft es auch sehr viel, wenn man selber ein Auge drauf hat und seine Agentur auch ab und zu mal so die gröbsten Zähne ziehen kann. Und wenn Sie vergleichen, der Kontrast des Call-to-Actions, des Call-to-Action-Buttons, also den User an die Hand nehmen, wo soll ich hin, was wollt ihr von mir auf dieser Website, das ist meine, auf einen Blick innerhalb von Milliskunden klar, was die von mir wollen. Also hier ist der Call-to-Action, wenn er in der Beschriftung definiert wird, hier, springt nicht innerhalb von Millisekunden ins Auge, geht ziemlich stark unter. Anderer Call-to-Action, auch da, wo genau, links in grau, geht eher unter, wie man hat das gesagt. Hier, hell, ich habe mir erlaubt, ein paar Beispiele aus Ihren Reihen zu nehmen. Verstehen Sie mich falsch, es gibt keine Website, an der man nichts optimieren kann. Gibt es nicht. Ich habe noch nie einen Kunden gehabt, wo man nichts gefunden hat. Also das ist überhaupt kein Problem. Aber hier ist klar, besonders auf dem Foto von einer weißen Bettdecke, in so hellen Call-to-Action, ist schwierig, vom Kontrast her. Und damit Sie sehen, dass es auch in der Hotellerie durchaus anders geht, das ist ein Beispiel von spanischen Hotels, Stadtseite, da haben Sie rechts einen sehr klaren, sehr, sehr auffallenden Call-to-Action. Und auch einfach gehalten, man sieht also im ersten Schritt, ich kann also gleich, ganz einfach nur mein Datum eingeben und loslegen, ist eine Möglichkeit, wie man es auch in der Hotellerie machen kann. Das hat auch in der Hotels wiederholfen. Vielen Dank.